Verehrte und geliebte Spieletippszuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen hier in Los Angeles. Hinter mir seht ihr schon das Convention Center und da fliegt die Woche die Kuh, denn es ist wieder E3, die vermutlich größte, wichtigste und einfach genialste Spielemesse der Welt. Und ihr könnt hier dabei sein, indem ihr einfach auf Spieletipps.de klickt und schaut, was wir für euch so an interessanten Sachen ausgraben. Also, wir sehen uns hoffentlich. Bis zum nächsten Mal.